ARD Text im Auftrag von Funk Leute, herzlich willkommen bei einem weiteren Projekt bei etwas Neuem, mal äh... Kill it with Fire Ja man, mit meiner Anachnophobie Ich habe Angst vor Spinnen, ja und zwar äh, relativ panische Angst Ja, Spinnen Ich weiss nicht wieso, ich habe einfach panische Angst davor und die, die meinem Kanal jetzt schon ein Zeitchen folgen ihr wisst es, es könnte lustig werden In dem Spiel geht es nämlich darum, dass ich Spinnen umbringen und zwar mit allem, was man irgendwie findet Ja, ähm, was habe ich noch sagen Ja, eigentlich hätte das Jahr schon Anfang Jahr, äh, sollen mal wieder etwas abwechselnde Videos reinkommen wie, äh, Star Wars und solche Dinge und ähm, es hat nicht ganz geklappt Ich habe mich direkt nach Neujahr mit Corona infiziert und äh, bin dementsprechend ziemlich bis heute die ganze Zeit im Bett gelegen und äh, ja, heute geht es mir wieder gut Ich bin wieder fit, ich äh, lebe wieder und ja, legen wir los gehen wir rein, nehmt wieder etwas auf hauen wieder etwas auf den Kanal aus Go go Oh Er ist der Kontakt Okay, kann ich irgendwas Was war das? Äh... Häu... 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 Spinnen Gib das hin, wie ist das gegangen? So... Ja, hübsches Bild Sieht ein wenig aus weich Ist jetzt die Spinnen abgehauen oder wie? Ah! Klimbrät nehmen Was für Klimbrät? Ah! Klimbrät! Oh! Erstes Blut töte eine Spinne Äortedes Blut ÄÖ인데요 Boot Töte eine Spinne Alles klar Alles klar Töteres Blut Ist das die Spinne, die ich掰掰 wie ein Ääääh! Was soll ich denn machen, ich? Das ist nicht nur irgendjemand weg! Ja ihr merkt, ich habe ein leichtes Problem mit Spinnen. But I am bewaffnet. Alter, die hauen sich alles um! Weh. 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 U, u, u. Ich habe eine erwischt. U, u, u ... Dort ist nochmal eine .... U, ... Where is it? Diemann Trecken, Spinnen finden Hier oben. Also dann mehr Feuerkraft. Hol den Haarspray aus dem Badezimmer. Scheiss. Scheiss. Das lebt noch. Warum lebt das noch? Cool. So eine Ahnung. Was hat sich da bewegt? Was war das? Was war das? Ich höre über all die Scheissgeräusche. Wie der da? Hallo? Es jagt mich! Ich geh weg! Ich steck das Scheissding weg! Beweg dich doch schnell! Hey! 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 Stift! Und nicht, aber auch stift! Ja, habe ich vielleicht vergessen. Der Mumu ist dabei! Hey Leute! Ja, hey Mumu! Du bist schon in kompletter Paranoia verfallen. Ja, Bro! Ich hab gemeint, das ist schon wieder geil. Ich hör's überall, es krabbelt man! Hu 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 Mach das, mach das, mach das! Was ist das? Viereck, wir sind in Minecraft, cool! Oh, schau, dort geht auch in den Schrank rein! Die holen wir uns, die holen wir uns! Hallo? Uäh! 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 Was sind das für mutierte Spinnenviecher, Bro? Die haben Hates oder so, Mann! Digger! Hol den Haarspray aus dem Badezimmer! Wie? Wo ist das Badezimmer? Töte eine Spinnen mit Hilfe eines Buchs! Challenge accepted! Uäh! 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 Nein, gib mir ein Buch! Gib Buch! Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo? Wo? Ah, dort hinten! Ich habe sie gesehen! Yes! Oh nein, sie ist nicht tot! Uäh! Uäh! Jetzt haben sie Angst! Jetzt, wo Babacay Bücher in der Hand hat! Jetzt kommen sie nicht! Kleine Pissviecher, Mann! Wir rennen nur dann um... Uäh! 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 Ich habe noch eine gehört! Oh, dort oben! Dort oben! Ich habe sie gesehen! Ich habe sie gesehen! Bruder! Dort oben ist sie, meine... Dort! Man sieht sie jetzt nicht richtig bei den Büchern, aber... ...mit hinten! Dort! Sehen ihr sie? Dort oben! Uäh! Sie bewegt sich! Schau her! Oah! Ach, dann! Ihnen so leidt sich! Wie? Wie? Du... Wie? Überrasch? Du! Wie? Wie? Einfach, falls etwas rauskommt, direkt schon. Nachgenommen! Aha! 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 Zielen! Zielen! Oh! Zielen! Hehehehe! Das waren die drei Schüsse eindeutig wert! Ich kann noch zielen! Hehehehe! Ich hasse immer ja am meisten, wenn du die Viecher nicht gesehen kannst! Hehehehe! 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 Yes! Verwitscht mit dem Buch, Mann! Bam! Hehehehe! Gib mir mein Buch wieder! Hehehehe! 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 Tika! Hehehehe! Verwitscht habe ich dich! Scheiss Fiche! Hugspray! Hehehehe! Hehehehe! Hehehe! Tonee! Hehehe! BleHa! Grиковane! Hehehehe! Er brank! Wir müssen weitersehen wie es noch so aussieht was wir hier er prend noch, nachdem wir mit den Spinner erschäässen Ich jag mich nicht! TOL! Furchtloser Krieger! mhm ja uah uah schlägt mal den scheissrevolver weg sch ha 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 begann ok 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 uah uah schloss knackert uah 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 schloss schloss uah 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 Was ist das gewesen? Alter, irgendwann in diesem Spiel bleibt mir noch mein Herz stehen WOTACHI WAU W белwä. Nicht kogzen Jay Ja... Das äh... Ok... Eigentlich so... kann ich das schon verlassen Nein, ok Hallo Spinnis Ah ja, ich habe ein Bild und ich habe keine Angst, das zu benutzen. Oh, oh, dorthin hat es ein Upgrade. Ich will, ich will Roma-Bild. Ich habe Angst. Was machst du, sobald du in den Keller oder so musst du gehen? Oder den Gachboden. Okay. Aber hey, ich habe einen Fernseher. Ähm, oh. Oh. Buh, da, da, pff. Alter, lass mich doch wenigstens da das Gaming, das ist Gaming-Setup bewundern, bevor du da aus dem Scheissecken raus springst, Mann. Uuuuuh. Ich gehöre es. Ich gehöre es. Ich hab nicht. Bäh, tsch, 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 tsch. Ja. Klar. Höh. Höh, jete. Stink, 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 stink. Bäh, bäh, wieso treffe ich dich nicht? HWAAH! Ich kann doch da irgendwo spielen. Höh, 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 höh. Ich habe so angelangt. Höh, höh, höh. Lade nah. Höh, schiess endlich! Mh. Mann. Also, wir haben rausgefunden, äh, Spinnen fressen, äh, Käsebällchen. Äh, grössere Bällchen wie Football bringen die Spinnen um. Äh, Spinnen sterben auch, wenn sie unter gewissen Gegenständen drunter laufen. Und, äh, der Dude, wo da die beiden Fussballballe gehören, steht scheinbar auf Ladyboys. Und, äh, ich habe das coolere Headset. Darum rühren wir das Gerät einfach mal weg, so. So weit wissen wir bis jetzt von der Story. Jau. 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 Untertitelung des ZDF, 2020